Stahlfamilie wohl ein Album aufgenommen haben, hätten, tun, werden und dass sie das in zehn Studiotagen wohl absolviert haben. Und da war jetzt eigentlich die Frage, wie die Studioarbeit generell abläuft. Also ob das Album oder das, was sie da aufnehmen, schon fertig ist und sie einfach nur noch hinfahren, zehn Tage das reinrummeln und das war's dann. Oder ob diese zehn Tage auch beinhalten Songwriting und so weiter und so weiter und das Arrangieren der Songs. Das kann man jetzt generell so nicht sagen. Sicherlich findet man Interviews, wo man den, ich glaube der Chef ist da der Gitarrist bei Iced Earth. Schaffer heißt der, glaube ich, oder so irgendwie. Und die, ich hab nur mal, ich sag's mal so, ich hab mal einen Bericht gesehen, gelesen von Zach Wilde. Und der macht es so, der tut wohl relativ viel. Und die machen das tatsächlich so, dass der mietet sich dann, wenn er Bock hat, ein neues Album zu machen, dann mieten die sich ein Studio an oder er hat es auf jeden Fall schon mal so gemacht, dann geht's da rein und dann wird gejammt und dann wird das Album wirklich da erst oder die Songs werden einfach da, da vor Ort entworfen und dann wird da eben halt so lange gejammt, Session gemacht, bis man eben halt, was weiß ich, zwölf Tracks hat, die man eben halt veröffentlichen kann. Man läuft dann natürlich Gefahr, dass man ist dann ja, also das Problem, weswegen das sicherlich einige Musiker nicht machen auf diese Art und Weise, man muss dann ja hoffen, dass einen die Muse dann küsst, sag ich jetzt mal. Das heißt, Songwriting ist bei jedem ein unterschiedlicher Prozess. Der eine braucht eine zündende Idee, einen Riff und kann dann sofort anhand des Riffs, ist der denn so drin in der Arbeit, dass er dann innerhalb von fünf Minuten einen Song schreiben kann, sozusagen. Dann könnte man da ja die Gitarren aufnehmen, das würde dann ja, das ist dann quasi ja schon vorproduziert und dann steht ja eigentlich schon das Gerüst und dann bräuchte man das ja nur noch aufzunehmen. Das ist der eine Weg, also dann ist man, ne, wenn man natürlich erwartet, dass das innerhalb von zehn Tagen passiert, dann läuft man natürlich Gefahr, dass die Songs auch alle relativ ähnlich werden. Das ist einfach so, oder die Gefahr ist da, sagen wir es mal so. Andere machen es natürlich so, gerade bei Bands, die viel auf Tour sind, die haben immer so ein bisschen kleines Recording-Zeugs mit, sodass sie Ideen, die denen bei der Tour einfallen, immer mal so sammeln und dann geht's in der Phase in die Vorproduktion, dann werden da so Songs draus kreiert, Abläufe, wie auch immer und dann wird das im Studio eben halt konkretisiert, sag ich jetzt mal. Heutzutage wird natürlich im Studio auch viel geschnitten, ne, also dass vielleicht die Songabläufe noch gar nicht so richtig fest sind, aber man hat so Riffs, die man so haben will und dann baut man das Lego-mäßig im Studio zusammen. Gibt sicherlich auch Bands, die das so machen, auch im Rock-Bereich ist das, glaube ich, mittlerweile wirklich gang und gäbe, im Pop-Bereich wahrscheinlich sowieso, weil da viel mit synthetischen Sounds gearbeitet wird und sehr viel mit Samples und Loops, also das sind vorgefertigte Rhythmus-Sektionen, die man einfach ja beliebig aneinander kopieren kann und schon hat man irgendwie einen Song, sag ich jetzt mal. Es gibt natürlich auch Bands, und das ist im Pop-Bereich, gerade amerikanische große Künstler, gern genommen, da gibt es einfach ein Produzententeam, die machen die Songs oder die werden eingekauft von verschiedenen Produzenten oder eben als Songwritern, Produzent ist dann eher der, der auf dem obersten Stuhl sitzt, und dann wird das hinarrangiert und dann wird das aufgepäppelt, auch mit den Sounds und so alles vorbereitet und letztendlich muss dann, was weiß ich, irgendein Superstar nur noch ins Studio kommen. Im schlimmsten Fall hat er dann noch nicht mal den Text selber geschrieben oder sowas ähnliches, sondern dann muss der einfach nur noch singen, dann ist er nur noch das Gesicht von dem Stück und dann fertig. Das war's. Also diese Arbeitsweise gibt es sicherlich im Rock-Pop-Bereich und gerade für Sänger, also ist das total gang und gäbe und wird sehr häufig gemacht, was viele nicht wissen zum Beispiel. Ihr kennt ja alle Joe Cocker wahrscheinlich, der ist ja nun leider gestorben, aber der junge Mann, wenn ich da nicht ganz falsch liege, hat fast oder sogar gar keinen Song selber geschrieben. Das muss man auch mal wissen. Und sicherlich ist es bei Studioarbeit, kommt es immer darauf an, wie weit die Songs denn schon fertig sind im Vorfeld. Also im Rock-Bereich ist es schon so, dass die meisten Bands da wohl ihre Sachen selber schreiben, würde ich mal behaupten. Dafür sind die meisten auch zu speziell auf die Spieltechniken der einzelnen Musiker abgestimmt. Das ist ja schwer, wenn dann andere Leute was für die schreiben sollten. Und ja, und dann ist es sicherlich so. Und dann kommt es eben halt immer darauf an, wie derjenige Einzelne selber halt arbeiten kann. Es kann auch durchaus sein, dass Bands im Rock-Bereich sind es ja häufig die Gitarristen, die auf jeden Fall die Songs schreiben mit dem Sänger zusammen, wenn sie nicht sowieso diese Rolle selber innehaben, also Gitarre und Sänger gleichzeitig sind. Denn irgendeiner muss viele so schreibende Songs und dann wird im Studio eigentlich nur noch, wie soll ich sagen, dann wird eigentlich nur noch der Song aufgepeppt. Hier mal eine zweistimmige Gitarre drüber. Oder eben halt generell gut aufgenommen erst mal das ganze Ding. Dann wird eben halt mit dem Sänger wird was abgesprochen. Dann kommt da noch mal ein kleiner Chorgesang dazu. Das ist eher so die Studioarbeit. Das Verfeinern der Sache, möchte ich mal behaupten. Also oftmals ist im Vorfeld eine Vorproduktion gemacht worden, wo das grobe Grundding irgendwie wirklich klar ist, sodass man eigentlich ins Studio fährt und weiß, was man da machen will. Und was eigentlich selten passiert ist, dass man im Studio, oder das sollte man auch selber als Band nicht machen, dass man im Studio Zeit verplempert. Studio ist natürlich eine teure Arbeit. Da sitzt ein Techniker, da ist ein teures Studio, je nachdem wie groß das ganze Ding ist. Und dann ist es natürlich fatal, wenn man dann anfängt Zeit zu verplempern im Studio, weil man den vierten Takt von seinem Riff noch nicht kann, sozusagen. Also da macht es natürlich schon Sinn, dass man eigentlich weiß, was man da will und dann halt noch kreativ an der Nummer arbeiten. Man ist sich vielleicht nicht ganz so sicher, ah, braucht der Song einen wirklichen Gitarrensolo? Muss es so lang sein? Sind nicht vielleicht da acht Takte besser als 16? Oder ja, der letzte Refrain, das wäre doch cool, wenn man den nochmal transponiert. Oder eben auch nicht. Also solche Sachen, ja. Sodass man wirklich kreativ. Und da, für solche Sachen und auch was die Sounds angeht, da ist häufig dann ein Produzent auch da, der dann einfach sagt, so Jungs, wir machen das jetzt so und das Schlagzeug muss an der Stelle so klingen. Und da ist es wichtig, dass wir eine Pause haben, weil bla 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 bla. Also das sind so diese... Also es gibt immer bei Alben einen Songwriter, sag ich jetzt mal, oder eben eine Band, die mit irgendeinem Produkt ankommt, einem Rohdiamanten. Und dann gibt es sicherlich einen Produzenten, der dann sagt, Jungs, wenn wir das jetzt so machen, dann wird das ein Hit-Album. Und da gibt es ja ganz berühmte Namen, Bob Rock und wie sie nicht alle heißen irgendwie. Und die haben ja das... Der Trick bei diesen großen Produzenten ist einfach, die haben das Know-How. Also sie können auch produzieren. Also die wissen, wie man einen gespult bedient. Und sie haben eben halt das gewisse Gefühl für eine Band, für einen Musiker. Was kann die Band? Was kann ich da rauskitzeln? Und wie kriege ich das wirklich, dass das ein richtig geiles Album wird? Wie kriege ich das hin? Also das nötige Gefühl für Songlängen, für Melodien im Solo. Da gibt es sicherlich auch mal heftige Diskussionen im Studio, wo was weiß ich, ein Gitarrist sagt, ey Mensch, da zauber ich mich dumm und dämlich. Und dann kommt der Produzent und sagt, nee, lass mal deine 32. in der Tasche, wenn du da einfach nur drei geile Töne spielst, dann hammers. Und also da gab es bestimmt schon, da gibt es bestimmt die wildesten Geschichten und was auch immer. Und das kann man so zum Thema Studioarbeit sagen. Ich kann das jetzt nicht für jeden einzelnen Musiker wie der Arbeit, kann ich nicht wissen, weil also dafür müsste man sich tausende von Millionen von Interviews angucken. Aber ich kann durchaus sagen, dass das so die gängigen Praxen sind. Also was wirklich viel verlangt wäre, wenn man in nur zehn Studiotagen sich so doll von der Musik küssen, also dass man wirklich mit nichts außer seiner Gitarre durch diese Tür geht und nach zehn Tagen raus und dann ist hier rums, ein super Album am Start. Also das passiert glaube ich nicht. Also das gibt es heute nicht mehr. Also so irgendeine Vorarbeit wird da gelaufen sein. Das kann ich mir nicht vorstellen, dass das so läuft. Es gibt sicherlich Gitarristen. Wie gesagt, Zag White habe ich mal so einen Bericht gesehen. Aber dann muss man sich jetzt auch darauf verlassen können, dass man eben in diesen zehn Tagen die super Ideen hat. Und dann kann es natürlich auch schnell mal vorkommen, dass man vielleicht mal ein sehr schwaches Album produziert, weil man einfach in der Zeit, die man sich selber nur gegeben hat, einfach keine geilen Riffs und Songs zustande gekriegt. Kann ja alles sein. Also und das gibt sicherlich Bands, die setzen sich dieser Gefahr aus oder Musiker und andere Bands eben nicht. Die sagen sich, wir machen hier ein knaller Album. Das wissen wir vorher, dass das eins wird. Und man muss es nur an den richtigen Hebeln ansetzen sozusagen. Alles klar!